diese teamarbeit aus ja du schmeißt ja auch immer ziemlich viel da in den boden rein du machst einfach die ganze zeit löcher ja aber gut das ist schon ein guter anfang finde ich mache ich das hier lieber erst mal wieder zu besser ist das aber das sieht wesentlich besser aus wie ich erwartet habe das mit diesem weg ja es ist halt einfach wenn er so richtig ungleichmäßig ist und ruhig auch mal ein stück fehlt dann zieht er irgendwie realistisch aus ja mir also so langsam ist das hier echt ansehnlich finde ich man sieht inzwischen wirklich dass wir was gebaut haben ja wir sind hier hart am acker unsere kleine farm um noch mal darauf zurück zu kommen das rennen verbraucht ultra viel essen ja das ist richtig das tut es tatsächlich dann hat man dann noch so ein thema das offen ist nämlich diese haus stützen hier also jeder statik jetzt bitte mal weg gucken weil das was ich gerade tun würde das haus glaube ich normalerweise zum einsturz bringen wesentlich besser sieht ein bisschen realistischer aus minimal da mache ich die mal weg und sagen mal vielleicht kann man die so sollen halt auch so aus polierten granit machen oder so warte mal so mal haben wir irgendwo genügend granit oder anders ist oder sowas da 51 granit hier in der vor der box machen wir da polierten granit raus und welche zauberei bin ich mir nicht sicher ich glaube auch in dem vier stück zusammen tust oh ja oh ja das wird hervorragend und ich bereite damit das vor was ich mir vorstelle wo man die reinpacken könnte so machen wir hier mal mit dazu oh noch mehr so bei mir ist gerade so stumm auf dem ohr es läuft zwar angeblich musik aber ja und das da hier gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht das machen wir später zu also es sieht noch was aus aber ich weiß nicht ob es gut aussieht hier sehen wir gleich wohin denn was denn wer denn ob ihr richtig steht sieht ihr wenn das licht angeht hallo 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 granit war wo ist denn der granit hier achso in meiner hart du schmeiß mal her oder baum mal rein mir egal Moment ich bin schon wieder geistig da ich mach derweil hier mal ein Lied weiter oh ja ich bin doch schon wieder da ja ich wär für die komplette ecke runterziehen ja ich komm nicht hoch hoch ja das oberste schaff ich wirklich nicht hua warte noch hua hua spring sieht ein bisschen aus wie wenn es aus schwein wäre ja ist jetzt nicht so geil aber vom prinzip her hätte ich halt gedacht wir machen die ecken oder so ja ne also der granit sieht nicht gut aus mach das mal weg aber wenn wir halt die ecken so machen und dann vielleicht noch hier unten die reihe aus dem anderen material muss ja nur ein bisschen anders sein dann glaube ich sieht das auf einmal echt nach was aus hm hm ich schau mal was ist noch so Diorit hm hm let's try ja dass der granit so ultra rot ist ist halt auch ein bisschen komisch muss man mal sagen ne ja ja kann man da irgendwas noch draus machen aus den granitdingern das weiß ich nicht schreibt es in die kommentare ja bitte hm 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 Was hast du jetzt genommen? Diorit? Kann ich gerade sehr schlecht beurteilen Naja Der hat bei mir Komm wir legen uns mal hin Und beurteilen das bei Tag Ja wir könnten dann auch mal die Session beenden Ja ich würde gerne dieses Ding noch fertig Also da irgendwie Zumindest zu der Idee kommen wie wir es machen Und dann können wir da hier gerne So in eine Aufnahmepause gehen Ich liege im Bett Mir ist nur gerade schon wieder aufgefallen wie spät es ist Ja ich habe das ja auch so nebenbei auf Ich denke mir das auch schon seit einer Viertelstunde Aber ja gerade Also wenn man jetzt sowas anfängt Also ich würde es gerne auch fertig machen Und dann nochmal einmal über unsere Länder reinlaufen Weil ich muss sagen ich bin echt begeistert gerade Wie gesagt das ist das was Was ich am Anfang schon gesagt habe Also ich habe dann zwischendrin Nö das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus Aber Wir haben halt fast nichts von dem Zeug hier Ja das gefällt mir jetzt auch irgendwie Ich bin gerade am überlegen Ob ein normaler Cobblestone vielleicht mit Ne ist auch nicht geil Ähm Tja Ähm Alles eher so semi gut Ja Hm Ja mach halt einfach den normalen Stein drunter Das sieht erstmal besser aus wie Alles davor Ne warte mal Ich habe noch eine Idee Weil wir könnten so einen Cobblestone nehmen Und man kann aus Cobblestone Kann man Schlepps machen Schleppes Naja aber die sehen jetzt in meinem Text Texturenpaket auch nicht geil aus Schade Ähm Hm Es sieht Also es sieht ein bisschen Ich weiß nicht wie es aussieht Wie das Haus Wie eine Qualle oder so Im positiven Sinne So macht man Frauenkomplimente Das sieht aus wie eine positive Qualle Ich verstehe Aber Ich frage mich gerade ehrlich gesagt Wie sieht es denn aus Wenn wir das rundum einfach wegschlagen Diese Reihe Diese eine Vielleicht bringt das alleine schon ziemlich viel Ja aber da vorne ist halt blöd mit dem Glas drunter Da zieht es wieder in der Bude Ja da kann man ja dann was ran machen an der Stelle Also Können ja vorne sagen Dass man vorne bei den Bei diesen Pfeilern bleibt Probier das mal aus So So Na das ist dann blöd Da muss man nochmal gucken Den mache ich erstmal wieder weg So aus rein optischen Gründen Oh Das wäre fast in die Hose gegangen Also ich muss sagen von vorne Von Scheunenansicht aus Mhm Sieht scheiße aus Mit eins weg Jetzt Ja naja Es ist ja vorne noch dran Wenn ich jetzt die Säulen wieder wegreiß Ich würde aufs Dach springen können Musste dir Ja genau Dreck hinsetzen Ja ne Also ich fand mit fast geiler Ja ernsthaft Soll ich nochmal ranpacken Pass auf Es sieht halt irgendwie aus Wie ein Ufo mit Stelzen Wie die Qualle halt Ja Irgendwie ja Ja ne Mir ist das eigentlich egal Ich schaue es mir von der Seite mal kurz an Also ich finde Die Hinteransicht ist glaube ich Auf jeden Fall eine Verbesserung Ja Alleine dadurch Dass es irgendwie Diese Kanten drin hat Sieht das hinten schon mal Deutlich besser aus Finde ich Hm Da nochmal gucken Ja also von hinten Sieht es wesentlich besser aus So jetzt finde ich Aber hier diese Ecken Und so Da müssen wir nochmal drüber Ja Vielleicht kann man auch einfach Holz reinklatschen Kurz Holz Ordentlich Holz vor die Hütten Knallend Äh Ja Genau Wenn ihr auch Holz vor den Hütten mögt Schreibt das jetzt in die Kommentare Ja genau Wenn ihr auch Holz vor der Hütte haben wollt Dann äh Und verlinkt Leute die gerne Äh die Holz vor der Hütte haben Sollt ihr euch das mit dem Gaming Als Hobby vielleicht nochmal überlegen Also ich muss sagen Die Die Holzecke gefällt mir Moment Ich gucke Also das passt jetzt noch nicht Mit dem Holz oben drüber Das kann man auch nochmal optimieren Oh Das beißt sich Ja aber Im Prinzip Ne Rein dieses Holzelement an sich Finde ich gut an der Ecke Ja 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 Schau Und das muss halt auch noch weg hier die Reihe Ne Ich finde dieses Ich finde das Bringt am meisten Dass es besser aussieht Dass diese Reihe hier weg ist Ne Ja Jetzt pass mal ob Jetzt haben wir da ja wieder dieses Problem hier Ne Äh aber das kann man ja Beseitigen Dieses Problem Indem man Alter Alter Ich wollte nur schauen ob man dich scheren kann Und Hat es geklappt Nein Oh Die guten Platten hier Ja Was hältst du davon Hervorragend Love it Ja Oh Das sieht wirklich gut aus Ja ne Jetzt habe ich gerade keine mehr Aber Ja Und wenn man dann halt da jetzt noch ein anderes Holz einsetzt Eins das da besser hinpasst Äh Birke müsste das Richtige sein an der Stelle Kann passieren Ätz Biber Ätz Kennst du Biber Ätz Sag dir das was Ne Kennst du die Biber Brüder Oh ja die kenne ich Da kommt es her Äh Biber Brüder ist auch so eine Angelegenheit Die muss Die liebt man oder hasst man Da gibt es nichts dazwischen Es kam halt immer so vor wie Ecstasy So ähnlich Ja Das ist auch Durchaus wenn man sich die Folgen anguckt Und darauf achtet Was da in der Gegend rumsteht Ist es äh Durchaus bedenklich Was ich aber in Der Beziehung an Serie Noch überragend gut finde Ist Oki und die Kakerlaken Sag dir das was Ja sag mir was Habe ich persönlich jetzt nie so Groß gemocht Aber Ne okay Das Birkenholz ist jetzt so hell Aber ja Äh Kenn ich Und äh Das finde ich auch Mega lustig einfach Allein die Tatsache Also er hat Wohnt ja von außen In so einem 0815 Reihenhaus Ja Und von innen Seit Treppenhaus Ist einfach Unbeschreiblich groß Und alle Räume Sind unglaublich groß Und dann kommt wieder Diese Draufsicht von seinem Haus Ist einfach so eine Ganz normale Hütte Ja Allein Dafür liebe ich die Serie Ja das sind schon ganz besondere Leute Die sich sowas einfallen lassen glaube ich Ja Nennen wir es mal besonders Ja ich glaube Ich glaube wir sind hier auf dem richtigen Weg Mit der Optik Ne Oh ja Oh ja Na 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 Dann zeichnet die Spitzhacke nicht in der Hand Hier Glitscht so ein Holzstück rum Das glitscht rum Ja Scheiß Buckabusing ey So Jetzt stellt sich die Frage Natürlich nach der Ecke Mit oder ohne Stelzen Ja Ich dachte eher an Mit oder ohne Stelzen Weil wir haben ja jetzt hier Das in der Ecke Das ist ja das Mitstelzen Das ist ja das offizielle Eckenmaterial Quasi jetzt Ja So kann ich leben Ja Ja Was Was denkt der Herr Ja wie gesagt Oh ich hab ein Screenshot gemacht Ja doch das gefällt mir jetzt auch Definitiv Wenn ihr auch Screenshots macht Teilt sie doch auf Facebook Besonders wenn ihr sie auch zufällig macht Beim Spielen Das passiert mir aber sehr oft Bei Counter Strike Ja mir nochmal gar nicht Aber irgendwie Ich wüsste Wenn ich jetzt aktiv einen machen wollen würde Ne Ja Würde es auch nicht klappen Oh Bei Steam ist es ja immer Wenn man die F12 Taste Default mäßig drückt Dann macht es immer einen Screenshot Und das ist bei mir halt Auf dieser Tastatur auch FN und F12 ist halt nächstes Lied Ja okay Und da mach ich halt So einige Screenshots aus Versehen Ja ne Passiert mir normalerweise gar nicht Also wenn dann Würde ja normalerweise Ich einen Screenshot jetzt auch Mit Dake Story machen Nebenher Wenn ich auch welche mach so Ähm Für Für Folgentitel und so Wenn ich gerade eine Szene sehe Und mir denke Boah Dann drücke ich auch schnell F11 Aber das ist ganz weit weg Von W.A.S.D. bei mir Hm So Also so gefällt es mir So kann man das lassen Ja Bis auf die Glasklötze an der Ecke Dann lassen wir uns noch irgendwas anderes einfallen Aber jetzt sieht es tatsächlich nach was aus Noch diese Glasklötze da oben Ja Also kann man noch nachbessern Aber es sieht bei weit Wollen wir hinten auch noch so Äh Stelzen ran bauen Ähm Nee Nee Finde ich nicht gut Okay Ah ja Da glitscht so ein Holzblock rum Jetzt sehe ich es noch auch Er will sich nicht einsammeln lassen Der dumme Hund Ja cool Dann Wollen wir hier dann Äh Beendigen Ja Ich lasse mich nur mal von weiter weg Also von Wenn man so Vom Wasser Ja Gegenüber von der Scheune kommt Dann sieht es eigentlich ziemlich gut aus Warte mal Das muss ich mir auch nochmal anschauen Das sieht es wahrscheinlich frühmorgens am besten aus Warte mal Ich esse mal kurz was Ansonsten geht es hier böse aus gleich Da hinten gibt es nichts zu sehen So Dann laufe ich da mal hin So Was denkst du wie das frühmorgens aussieht Ähm Liebe Zuschauer Nicht nachmachen Man darf nicht mit der Mit der Zeit spielen Weil äh Das geht immer in die Hose Dann passiert das gleiche Wie in Prince of Persia Sands of Time Ja genau Ne nur dass uns jetzt nicht auf dem letzten Meter Noch die Creeper attackieren Hab ich jetzt mal die Uhrzeit einfach zurückgestellt Alter Was gibt's für die Uhrzeit zurückstellen Wieso hast du Schneebellen in deinem Inventar Du kannst oben auf dem Berg Den Schnee mit der Schaufel abgraben Und dann kriegst du Schneewelle dafür Ja aber gefällt mir Also das Ergebnis des heutigen Tages ist Architektur sag ich mal Ja Wir waren jetzt heute zwar nicht so witzig unterwegs wie in der letzten Aufnahme Haben auch echt nichts zu lachen eigentlich Aber ich finde das Ich finde das Hammer krass Was da jetzt hier auf einmal rumsteht Wenn man bedenkt dass wir da beim letzten Mal hier so einen Fünf vor fünf Erdblöcke Klotz gebaut haben Die Bushaltestelle Ja Und jetzt haben wir hier halt Schickscheune und ein ultramodernes Haus Also anders als moderne Architektur kann man diese Hässlichkeit jetzt nicht Verstecken oder rechtfertigen Ne also ja also wir müssen schon ein paar Sachen dran machen Aber ich finde es im Prinzip ziemlich cool ganz ehrlich Aber ich muss also Dafür dass wir beide solche Noobs sind Kann man erst mal so stehen lassen und das nächste Mal vielleicht dann innen was machen Wenn wir bauen Ja Obwohl ich möchte dann eigentlich ganz gerne mal wieder in eine Höhle gehen oder so Wir können ja mal in deine Höhle da hinten reingucken und schauen mal wirklich eine Mine finden Das wäre halt ultra gut Vielleicht gehen wir Ja ich meine nur wenn wir was machen wollen Ja Vielleicht gehen wir vorher dann mal in den Keller und holen so viel Eisen raus Dass wir uns Rüstungen dann so auch machen können Ob sich die lohnen bei unserer Sterberate Ja ich hoffe mir eigentlich die ein bisschen zu reduzieren dadurch Und dann müssen wir natürlich auch das Lager einräumen Was natürlich auch so eine Sache ist Und hier oben können wir noch ein bisschen Inneneinrichtungen machen Der Teppich ist eigentlich voll geckig Dieses Skellbrote ne Ich finde den Hammer geil Vielleicht können wir die Treppe hier auch nochmal verbessern Ne aber also wir haben heute viel geschafft auf jeden Fall Muss man sagen Du zumindest Ich bin eher so rumgeduft und hab ein bisschen Holz gemacht Aber okay Ja gut Ohne das Holz hätte ich auch nicht bauen können Ja also wie gesagt Leute Vielen Dank dass ihr hier euch das antut Und einen letzten hab ich noch Wenn ihr auch in Häusern wohnt Schreibt sie die Kommentare und abonnierst Ja genau Ne auf jeden Fall danke fürs Zuschauen Danke fürs reinklicken Und beim nächsten Mal gibt es wieder mehr Action Diesmal gab es mehr Bauen Und ja Alles klar Tschüss Ja ciao Ciao